Hallo, ich bin's, der Willi von Willi will's wissen. Ich bin jetzt größer und breiter. Mich gibt's nämlich im Kino. Jetzt zeigt er die Lieblingsszene. Ja. Eine Lieblingsszene? In meinem Weltreise-Abenteuer gibt's nur Lieblingsszenen. Ich war in der aktischen Kälte, in der megagrößten Metropole, in der trockensten Wüste und im ältesten Regenwald der Erde. Einfach da, Seiler! Die reagieren nur auf schnelle Bewegungen. Das ist eine absolute Haarzeit in der Baffer. Hey, hey! Und da waren Skorpions. Jesus Christus, das darf einfach nicht passieren, ey. Wie misst du sie? Asuna! In Japan verbeugen wir uns. Machen so. Entschuldigung. Für so ein altes japanisches Hotel gibt's hier ein supermodernes Klo. Ausprobieren. Was ist das jetzt? Hey! 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 Ab 5. März im Kino.